Musik Musik Es ist wichtig, dass wir einen funktionierenden Bankensektor haben, denn ohne Zugang zu Kredit gibt es kein nachhaltiges Wachstum. Das gilt überall auf der Welt. Das ist übrigens etwas, was uns unterscheidet von der zurzeit dynamischsten Wachstumsregion in den Vereinigten Staaten. Dort ist die Abhängigkeit von der Fähigkeit der Bankenkredite weit aus geringer, weil man dort die Kapitalmärkte weiter entwickelt hat. Applaus Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020